In diesem Video möchte ich mit dir ein wenig darüber quatschen, weswegen auf meinem Kanal so wenig zum Thema Home Defense, also Heimverteidigung kommt. Moin moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge «Grüsi müsi, schön hast du» wieder eingeschaltet. Wie stehst du zum Thema Home Defense? Hast du da Vorbereitungen getroffen? Welche Vorbereitungen sind das? Also wie würdest du dich in einer Krise verteidigen? Findest du dieses Thema wichtig oder siehst du darin vielleicht gar keinen Grund? Welche Möglichkeiten stehen dir da zur Verfügung? Oder hast du dir über dieses Thema noch gar keine Gedanken gemacht? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare, das würde mich sehr, sehr interessieren. Und genau um dieses Thema geht's in diesem Video. Wenn du dich für das Thema Home Defense und vielleicht auch für Waffen interessierst, dann komm auf meinen Discord-Server, denn da habe ich speziell für dieses Thema einen extra Kanal eingerichtet. Aber natürlich gibt es da auch noch viele weitere Kanäle. Zum Beispiel einen allgemeinen Prepper-Chat, ein Kanal Gartenküche, wie es der Name schon sagt. Da geht es halt um das Thema Kochen und Garten, also Pflanzenanbau, Lebensmittelanbau und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Tech-Kanal, wo es halt um die ganzen technischen Themen geht. Aber auch noch viele, viele weitere. Also komm auf meinen Discord. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Wie dir sicherlich aufgefallen ist, findest du auf meinem Kanal eigentlich kaum was zum Thema Home Defense. Das Thema wird aber viel, viel verlangt. Also das heisst, ich habe schon viele Kommentare gekriegt, so nach dem Motto, hey, mach doch auch mal was zur Heimverteidigung. Ich weiss natürlich auch, dass bei diesem Thema auch die Klickzahlen stimmen würden. Also weswegen mache ich denn nun kein Video über dieses Thema? Der Hauptgrund ist halt die geografische Lage. Ich komme halt aus der Schweiz und hier haben wir halt komplett andere Gesetze als zum Beispiel in Deutschland. Und aus Deutschland kommen ja die meisten meiner Zuschauer. Deswegen ist es für mich halt sehr schwierig, darüber ein Video zu machen. Weil meine Meinung da ist eigentlich ganz klar. Oftmals wird ja zum Beispiel empfohlen, man soll sich eine Armbrust zulegen. Ich halte das halt für Quatsch. Aber halt nicht, weil es eine Armbrust ist, sondern weil es halt aus meiner Sicht einfach keinen Sinn macht. Eine Armbrust ist halt so ziemlich, wie gesagt, das ist meine Meinung, das Schlechteste, was du zur Heimverteidigung dir zulegen kannst. Aber eben, wir in der Schweiz haben da leicht reden. Wir haben ganz andere Waffengesetze. In der Schweiz ist es ganz normal, dass viele Schweizer Waffen besitzen. In der Schweiz leben ca. 8 Millionen Einwohner. Also das sind zehnmal weniger als in Deutschland. Aber auf diese 8 Millionen Einwohner sind 2 Millionen legale Waffen registriert. Und eben, das umfasst nur die registrationspflichtigen Waffen. Also du kannst dir das ausrechnen. Wir haben in der Schweiz eine hohe Waffendichte, was die Einwohnerzahl anbelangt. Statistisch gesehen hat halt nun mal jeder dritte Schweizer eine Schusswaffe zu Hause. Und das bietet einem halt komplett andere Möglichkeiten für die Heimverteidigung. Und ganz ehrlich, wenn ich Schusswaffen haben kann für meine Heimverteidigung, aber ich komme gleich zu, das ist ja nicht der eigentliche Grund. Weswegen sollte ich dann dir, der vielleicht aus Deutschland kommt, empfehlen, eine Armbrust zuzulegen? Es macht da keinen Sinn, weil ich würde mir nie im Leben eine Armbrust kaufen. Ausser halt für Hobbyzwecke. Ja, was bleibt dann noch? Was dürft ihr haben? Ja, Luftdruckgewehre? Pfefferspray? Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, und ich will da niemanden irgendwie angreifen. Das ist einfach meine Sichtweise und meine Meinung dazu. Für mich ist das, ja klingt jetzt hart, das ist Kinderspielzeug. Und ja, ich weiss, das wird vielen jetzt nicht gefallen, aber es ist nun mal halt so. Und klar, wenn ich in Deutschland leben würde, würde ich mich auch mit dieser Thematik beschäftigen. Ganz klar. Man hat ja nichts anderes. Aber was ist denn aus meiner Sicht so schlecht an der Armbrust? Das grösste Problem an Armbrüsten aus meiner Sicht ist, dass du das Ding halt nach jedem Schuss wieder spannen musst. Da geht halt viel, viel Zeit verloren. Und man muss jetzt auch ganz klar sehen, wenn mich jemand mit einer Armbrust bedrohen würde und ich hätte eine Schusswaffe, was würde ich tun? Was denkst du wohl, was würde ich tun? Mich würde das nicht grossartig beeindrucken, weil der Schuss einer Armbrust, ja, kann tödlich sein, ich weiss, aber das Risiko ist relativ klein. Weil der Schütze muss ja dann auch noch richtig treffen. Und das ist gar nicht mal so einfach, gerade wenn du nicht sehr geübt darin bist und vielleicht das in einer Extremsituation tun musst, was es ja meistens dann auch ist. Also, was würde ich tun, der eine Waffe besitzt? Ich sage es dir ganz ehrlich, ich würde halt abdrücken. Ich würde schauen, dass der seine Armbrust entweder gar nicht abfeuern kann und falls doch, würde ich das Risiko in Kauf nehmen, getroffen zu werden, wobei die Chance, tödlich getroffen zu werden, aus meiner Sicht relativ klein ist. Also, Umkehrschluss bedeutet das, mit einer Armbrust provozierst du eigentlich deinen Angreifer nur. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, das kann abschreckend wirken. Es gibt ja auch verschiedene Szenarien, also professionelle Plünderer zum Beispiel, aber die haben ja auch gute Waffen und können meistens auch damit umgehen. Die wird eine Armbrust nicht abschrecken. Aber vielleicht der Familienvater, der halt eine Verzweiflungstat begeht und mit einem Messer oder einer Axt dich besuchen kommt, da sieht es natürlich anders aus. Da würde ich mich von der Armbrust auch beeindrucken lassen. Aber eben, das musst du abwägen, was es dir schlussendlich bringt. Pfefferspray, das gleiche Thema. Pfefferspray ist gar nicht mal so effektiv. Klar, zum Beispiel gegen mich wäre es wahrscheinlich sehr effektiv, weil ich habe keine Erfahrung damit. Aber jemand, der darauf trainiert ist, der weiss ganz genau, Pfeffer, also der Wirkstoff, der braucht eine gewisse Zeit, um das volle Potenzial zu entwickeln. Und die Zeit wird er nutzen, um dich auszuschalten. Damit er dann in aller Ruhe die Wirkung vorbeiziehen lassen kann. Und dazu kommt auch noch, je nach Windrichtung und so weiter, kannst du dich auch selbst damit ausser Gefecht setzen. Also Pfefferspray, aus meiner Sicht, ich brauche es nicht. Luftdruckgewehre geht halt in eine ähnliche Richtung wie Armbrüste, wobei ich würde das einer Armbrust vorziehen, weil halt die Schussfolge viel höher sein kann. Und ja, deswegen, ich denke, so eine Mannstoppwirkung von einer starken Luftdruckwaffe wahrscheinlich besser sein wird als von der Armbrust. Aber eben, auch nicht das Optimale. Und Messer, ja, ich persönlich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wobei eben, wenn dein Gegenüber eine Waffe hat, damit umgehen kann, ja, siehst du wahrscheinlich den Kürzeren. An dieser Stelle möchte ich aber auch nochmal ganz klar betonen, ich bin gegen tödliche Waffen, also nicht gegen die Waffen an und für sich, sondern halt so, wie sie eingesetzt werden. Ich persönlich, ich verabscheue Gewalt. In jeglicher Form. Aber das bringt mich auch zum Thema. In der Schweiz werden halt Waffen ganz anders angesehen, meiner Meinung nach, als in Deutschland. Was meine ich damit und woran liegt das? Ganz einfach. Wir wachsen eigentlich von klein auf eigentlich mit Waffen auf. Wir haben uns daran gewöhnt. Eine Schusswaffe ist für uns etwas ganz Normales. Auch nichts irgendwie Beängstigendes oder irgendwas, was wir direkt so mit Krieg oder irgendwas verbinden. Eine Schusswaffe ist für uns eher Hobby und vor allem ein Sportgerät. Halt wie eine Angel zum Beispiel. Es gibt auch einige, die sagen, ja, eine Angel ist eine brutale Waffe. Du killst da den Fisch auf brutalste Art und Weise und so kannst du auch Waffen verwenden. Aber eben, wir schauen das eher als Sportgeräte an. Wie die Angler, ihr Angelgerät ja dann schlussendlich auch. Es ist einfach Fakt, in der Schweiz hat der Schiesssport eine lange Tradition. Und die meisten Schweizer, die eine Waffe besitzen, üben damit den Schiesssport aus. Und da geht es nicht darum, sich auf eine Krise vorzubereiten oder irgendwelche Menschen damit zu töten. Im Gegenteil, ich verbinde das in keinster Weise damit. Wenn ich am Schiessstand bin, sehe ich einfach die Zielscheibe und das verbinde ich nicht irgendwie mit einem Menschen oder so. Mein Ziel ist es einfach, in die Mitte zu treffen. So einfach. Und es geht mir da nicht darum, halt irgendwas auszuleben oder so. Es geht mir darum, das ist also einer der einzigen Momente, wo du halt mal total fokussiert bist. Dein Handy spielt keine Rolle. Deine Gedanken spielen keine Rolle. Du hast alles vergessen. Du konzentrierst dich. Du weisst, ich habe eine Schusswaffe in den Händen. Da vorne ist das Ziel. Ich bin jetzt konzentriert. Ich kontrolliere meine Atmung, meine Muskulatur. und ich bin voll fokussiert. Und das ist es, was mich am Schiesssport dermassen fasziniert und was ich auch daran geniesse. Wahrscheinlich geht es auch den meisten anderen Schweizer so, weil mit Schusswaffen in der Schweiz passiert halt kaum irgendwas. Jeder respektiert halt seine Waffe. Und eben, wie gesagt, von Kind auf lernst du damit umzugehen. Das ist auch das, was mir an Deutschland aufgefallen ist. Auch hier, ohne irgendjemanden in die Pfanne zu hauen und wahrscheinlich ist das nur ein kleiner Teil von Deutschland und betrifft dich persönlich wahrscheinlich nicht, aber viele, habe ich so das Gefühl, gerade in der Prepper-Szene, wollen einfach Waffen besitzen, damit sie sich verteidigen können. Und das ist der falsche Ansatz. Ich habe es ja schon mal in einer anderen Folge Krüsi-Müsi gesagt. Mit einer Waffe musst du trainieren und eine Waffe sollte nicht als Kriegsgerät angeschaut werden. Meiner Meinung nach. Ich habe genau das Gefühl, habe ich bei einigen Deutschen, dass sie das tun. Und ganz ehrlich, muss ich ehrlicherweise sagen, für solche Menschen wäre eine Waffe das Allerletzte, was sie besitzen sollten. Eine Waffe bürgt dir eine enorme Verantwortung auf. Das solltest du niemals vergessen. Na gut, jetzt will ich auch mal ehrlich sein. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, seit ich mich mit dem Thema Prepping beschäftige, hat sich mit der Ansicht zur Waffe bei mir nichts verändert. Da würde ich komplett lügen. Früher war es halt so, wenn ich mir eine Waffe gekauft habe, war halt der Anspruch an die Waffe der, dass die Waffe treffen musste. Egal ob bei der Waffenauswahl, bei der Munitionsauswahl, Zuverlässigkeit, Handlichkeit, Transportabilität, war für mich halt keine Option. Die Waffe musste treffen. Oder respektive ich musste mit der Waffe treffen. Das war mein Anspruch. Jetzt sieht es halt ein wenig anders aus. Jetzt mache ich mir durchaus auch Gedanken über die Zuverlässigkeit, über die Handlichkeit der Waffe, über Magazinkapazitäten. Zum Beispiel Thema Schrot-Munition. Früher war für mich ganz klar, ne, Gummischrot, was willst du mit Gummischrott? Wenn ich in den Schiesskeller gehe, dann muss das pfeffern und da willst du kein Gummischrot verballern. Aber für Home-Defense ist halt zum Beispiel Gummischrot eine sehr, sehr interessante Option. Und ich würde lügen, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich habe mich nie mit der Thematik auseinandergesetzt. Ne, ne, ich habe das schon aufgerüstet. Aber ich finde es auch gut. Auch für meinen Schiesssport finde ich es gut, weil so habe ich mal andere Waffen. Früher hatte ich halt meistens ältere Waffen, halt wirklich gut gefertigte Waffen. Ich kam mit denen halt einfach gut zurecht. Und mittlerweile habe ich auch was Moderneres im Arsenal. Und das macht auch richtig Spass, ne? Und dazu kommt auch noch, man trifft sogar noch mit den Waffen. Also von daher hat es mich auch in meinem Schiesssport massiv bereichert. Um das mal kurz zusammenzufassen, Home-Defense, wie gesagt, für mich kein wirkliches Thema, dir zu vermitteln, weil einfach die Gesetzeslage eine komplett andere ist. Dazu kommt auch noch, ich will dir ja schlussendlich auch keinen Quatsch erzählen. Und ich kenne mich halt mit der deutschen Gesetzgebung nicht so gut aus, wie mit der schweizerischen. Und wenn ich jetzt Videos mache, wie ich meine Home-Defense geplant habe, was bringt dir das schlussendlich? Und für die paar Schweizer Zuschauer und ja, vielleicht Österreicher könnte das Thema auch noch ein bisschen interessanter sein. Die haben auch andere Gesetzeslagen, auch so ein bisschen liberaler, sage ich mal. Ja, aber da lohnt es sich für mich nicht. Was soll ich abschliessend dazu sagen? Ich weiss es nicht. Wie gesagt, wenn du aus Deutschland kommst, ich weiss nicht, wie du dich am besten darauf vorbereitest. Ich kann es dir nicht sagen. Da gibt es halt einfach bessere Kanäle, als das der meine ist. Es gibt Kanäle, die befassen sich intensiv damit. Und ich bin sowieso der Meinung, eine Verteidigung ist die allerletzte Option. Vorher kommt dich damit auskennen, wie du eine Gefahrensituation deeskalieren kannst. Und auch eine Flucht würde ich persönlich ja der Verteidigung immer vorziehen, wenn das möglich ist. Verteidigung für mich die allerallerletzte Option, wenn es halt wirklich um das Leben meiner Familie geht oder um mein Überleben. Aber wenn ich das vermeiden könnte, würde ich es tun. Weil wie gesagt, Verteidigung birgt immer ein riesengroßes Risiko. Jetzt würde mich noch interessieren, wie verteidigst du dein Zuhause in einer Krise? Darfst du Waffen besitzen? Wenn ja, welche Waffen besitzt du? Wenn nein, wie machst du es sonst? Teilst du meine Ansicht zu Armbrüsten und Pfefferspray oder eher nicht? Hast du Ergänzungen zu diesem Thema? Oder habe ich etwas Wichtiges vergessen? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare, das würde mich und wahrscheinlich auch meine Community sehr, sehr interessieren. Jo, dann war es das mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Sei immer vorbereitet. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.